Herr Terhalle, uns hat auch gerade folgende Einmeldung erreicht, nämlich dass Polen seine Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Was schließen Sie daraus? Naja, das ist eine natürliche Reaktion eines Landes, das noch nicht weiß, noch nicht mit letzter Endgültigkeit weiß, ob es jetzt angegriffen worden ist. Davon gehe ich jetzt nicht aus, aber es ist eine präventive Maßnahme, mit der man sich selber in Stand versetzt und akut abwehrbereit sein will. Das ist ein Signal an die Bevölkerung, an die eigene Armee und auch ein Signal an die NATO, wie auch Russland. Also das ist eine, ich würde sagen, eine Standardreaktion, die jedes Militär der westlichen Welt vollziehen würde. Würde so etwas passieren, von dieser Stufe kann die polnische Armee aber auch genauso wieder zurücktreten. Es ist jetzt notwendig, diesen Schritt zu tun. Der wichtigere Schritt ist allerdings die Einberufung via Artikel 4 des Nordatlantikrats. Dort wird Polen seine Erkenntnisse und seine Sorgen vortragen, um dann mit dem Hintergrund der großen Allianz des Mitgliedses gegenüber Russland wesentlich stärker auftreten zu können und Amerika hier als den Sprecher zu sehen. Maximilian Terhalle, Experte für Geopolitik und Strategie. Vielen Dank für Ihre Worte, für Ihre Analyse für diesen Moment. Vielen Dank. Ja, also Polen hat seine Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Es ist also eine höchst angespannte Situation, die wir aktuell haben, aber es ist noch nicht ganz klar, was passiert ist, ob es wirklich russische Raketen waren, die dort auf polnischem Gebiet eingeschlagen sind. Zwei Menschen sind da bei uns leben gekommen. Wir werden das weiter aufarbeiten und gleich für Sie nochmal ordnen. Vielen Dank. Vielen Dank.